Jetzt geht das weiter hier, na klar müssen wir fortfahren, jetzt geht das weiter hier, die Leute wollen was sehen für ihr Geld. Ich bin wieder der Gutaussehende, dachte ich. Sehr gut, ich bin wieder der Lehmmann. Herrlich, nächste Session, ich freu mir. So Genosse, du alter Fahrradfahrer. Achso, da haben wir quasi immer eins verpasst, oder was? Na, mal sehen. Ja, mit den Minispielen, ich verliere ja eh immer. Aber wir hatten das Schießspiel, wir hatten das Tauziehen, wir hatten das Hauden-Kodi. Was hat man noch? Mehr fällt mir schon gar nicht ein. Dieses komische Ding, wo du in diesen Glaskontainer gekrabbelt bist. Äh, okay. So, okay. Wir hatten diese Portale, hatten wir fertig, ne? Wir müssen das hier nehmen. Was gespeichert ist. Äh, scheiße, nee. Weil da waren die Sterne an, überall. Oh nein. Na ja. Müssen wir das jetzt echt normal machen? Hier war ich aber noch nicht. Stimmt. Ach nee, wir sind eine Etage nach oben geklettert. Alles klar, ich hau da mal auf den Knopf. So. Da passiert irgendwas. Na, da ist hier irgendwie das Ding drüber gegangen. Ich glaube, das ist... Nee, ich muss da drauf hüpfen. Es bewegt sich, glaube ich, noch hinten runter, dieses Gestell. Stimmt. Ah, hey. Okay, alles klar. Oh. Okay. Ach, Herr Jemini. Das klappt gleich zurück. Oh, der Vokal. Was muss ich machen? Du hast eine Leiterplatte. Hast du gerufen. Der Rückzug ist, wird scheiße. Oh nein, das war dumm. Scheiße. Ich kann durchs Weltall fliegen. Aber es war knapp. Oh, scheiße. Jetzt muss ich echt zurück hüpfen. Boah, shit. Ich war nicht schnell genug. Oh Gott. Ich glaube, du musst einen beraten wahrscheinlich. Nee, nee. Das ist halt einfach... Die Reihenfolge ist andersrum. Es macht es jetzt gerade so ein bisschen schwerer. Ich muss nur den letzten Sprung nicht verkacken. Dann geht das alles. So bin da. So. Was mache ich jetzt mit der Leiterplatte? Ich schaffe mal hier hoch. Hupf, hupf. Ablegen. Sehr gut. Okay, was ist denn hier hinter? Hier kannst du die Wand runterlaufen. Du kannst zu hinten langlaufen. Guck mal hier bei mir. Da musst du hinten runterlaufen, würde ich behaupten. Aber dann wirst du wahrscheinlich mich hier brauchen, um das Ding zu schieben. Ich denke, du wirst gleich hier unten ankommen. Dann musst du mir sagen, wenn ich draufhüpfen soll. Okay. Weil da unten hängt eine Leiterplatte dran. Stimmt. Du kannst. Das war ja einfach. Das war ja tatsächlich echt ein bisschen simpel, oder? Aber zweit. So. Guck mal, hier drüben müssen die hin. Also da stehen zumindest noch mehr. Wir müssen hier von hier den Strom irgendwo hinlegen. Siehst du das? Ach so. Guck mal hier. Also ich würde behaupten, wenn du das hier in die Nähe bringst, müsste da eins mitgehen. Dann irgendwann. Mensch. Na komm, lass uns mal hier nochmal gucken. Hier gibt es ja... Wie siehst du? Ja, aber hier gibt es ja noch ein paar Dinge. Guck mal hier, kommen wir weiter. Vielleicht müssen wir die auch quasi auf einen kürzeren Weg stellen. Na, wir müssen wahrscheinlich dieses Gerät da... Ich geh mal hier durch. Wir müssen wahrscheinlich einfach wieder den Strom an das rote Ding bringen. Weil da wird keine Batterie drin sein, sondern wir werden den Strom da hinziehen müssen. Weißt du? Oh! Also hier drin dreht sich etwas. Oh, shit. Naja, ich seh dich, ich seh dich. Ich bin süß. So, ich hab gedacht, die kann ja einfach durchlaufen. Aber nö. Natürlich schreddert dich das hier. Ey, machen die so einen Scheiß. Ich hab mich hier zu konzentrieren. So. Du musst mich wahrscheinlich hier oben... Nö. Jetzt musst du dich wahrscheinlich beeilen. Warte. Ach, wahrscheinlich hätte ich einfach draufklettern wollen, ne? Ja, du musst nur... Warte, schnappst du einfach... Hopp. Okay. Das war jetzt nicht so schwer. Ach so, ich dachte, dass wir jetzt... Nee, nee, das war jetzt tatsächlich nicht so schwer. So, gucken wir mal. Warte mal. Nee, guck mal, hier kann ich nämlich diesmal nie reingehen. Und damit müssen wir die Stromversorgung anders herstellen. Genau. Siehst du das? Strom fehlt. Wir müssen einfach da noch ein bisschen ran. Du hast doch drüben noch etwas hingestellt. Stell das mal noch mit dazu. Aber dann haben wir ja hier auch noch ein bisschen. Ach Gott, wir müssen bis hier rüber. Wir müssen bis hier rüber. Weil wir müssen... Guck mal, hier oben muss das Letzte hin. Und dann geht er hier an. Und dann geht er hier durch das Kabel da rein. Okay, hier drüben gehen wir in die Bettenburg. Ja, hier wird es bestimmt auch was geben. Bettenburg, das ist bei Quedlinburg bestimmt. Oh shit. Jetzt fahre ich hier runter. Ach so, warte mal, ich geh mal rüber. Ähm. Ja, mach dich. Mach dich mal klein. Naja, ich wollte nur mal gucken. Also ich kann das hier übers Gewicht steuern. Willst du ganz hoch? Jetzt sind wir nämlich gleich schwer. Achtung, ich fahre dich mal ganz hoch. Guck mal, was da oben ist. Siehste? Dachte ich mir. Als Beschwerung bin ich super. Lass mal ein bisschen... Ja. 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 Ja, um zu heulen. So, und auf der anderen Seite, wie läuft das hier? Hier ist noch eine Rakete drin. So, du musst nochmal drauf hüpfen. Hüpfen wir nochmal drauf, dann ist nämlich dort so eine kleine Tür. Hör auf, jetzt schießt, musst du mich mal hochheben. Danke. Ah, es ist... Also wir sind zu gut. Huah! So, jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt diese Rakete... Oh, scheiße, ich fliege jetzt wirklich mit der Rakete. Ah, ah, ah. Ach nee, das ist ein Fahrstuhl. Alles klar. Das ist ein Raketenfahrstuhl. Okay, warte mal. So, jetzt ist die Frage... Was mir ein bisschen Angst macht, ist, dass ich da drüben... Äh, Achtung. Hui, das war aber ein schöner Sprung. Sau stark. Was fehlt uns jetzt noch? Einer? Alles schnell. Ähm... Ja, also hier ist noch dieses komische Fahrding. Das macht mir ein bisschen Angst. Du weißt, wie es ist. Nein! Das ist ein Oben festhalten. Verdammt, ich habe es zu spät gesehen. In irgendwas muss ich ja immer ein bisschen... Ein bisschen was können. Ein bisschen besser sein, als du das so bist. Das ist ja schon so in den meisten Sachen mir nicht so gegeben. Schnupp. Nein. Gut. Ich seh nischt. Ich seh nischt. Ich seh nischt. Ich bin schon da. Ich geh jetzt auch wieder zurück. Ich seh nischt. Also es hätte dich jetzt nie gebraucht, da hochzufahren. Das war wieder eine Mission für einen. Das ist nämlich gar ne wahr. Takes only one. So, Strom läuft. Siehste? Ach so, jetzt hat es den Eingang aufgemacht. Das muss ich noch als Mini... Als Mini-Mov da rein. Warte. Oh, ich dachte, wenn wir schon den Strom da haben. So, Achtung. Batterie ist drin. Du kannst umlegen. Oh, das ist voll die geile Mucke. Hast du gehört? Kann bei mir nicht. Vielleicht kam das Mucke da drin. Ah, das klang aber gut. Ach, Schatz. Warum lassen wir uns eigentlich scheiden? Ach so, weil du hässlich bist. Genau. Das war das. Wenn du so eine Stecknadel im Rücken hast. Und du hast... Das ist eine Sicherheitsnadel. Das ist was anderes. Hör auf das Weltall zu sprengen. Alter, so ein Kinderzimmer will ich auch machen, ey. Das ist die Frage, wenn man hier draußen lang hilft. Okay. Weiter geht's dann. Oh, ich bekomme ein Hörer von diesen Dingen. Das will ich schaffen, ey. Ah, aber wenn man das mitnimmt, schafft man es. Aber wie willst du das mitnehmen? Kannst du dich nicht groß machen und darüber hüpfen einfach? Ne, ich kann ja sagen, wenn der Typ groß ist hier, hüpft der gar nicht. Guck mal. Das ist streckenmäßig weniger, als wenn ich kleine bin. Ne, ach, das sind ja bloß drei. Guck mal, da kommt auch nichts mehr. Das sind die drei Kissen ins Nichts. Der nächste Sprung ist quasi nie machbar. Komm mal hier rüber, bitte. Mach dich mal groß auf dem Kissen. Ja. Komm an dran und kipp das. Nö. Nö, nee, das ist tatsächlich... Ich würde behaupten, das sind Deko-Kissen. Okay. Decoration. Hm. Dann lass uns erst mal den offensichtlichen Weg gehen. Das ist immer so, man guckt... Warte mal, hier ist noch... Man guckt ja immer erst mal... ...nach dem schwierigen Zeug. Oh, ich bin oben. Na, dann zähl ich mal, ja. The Rocket Launcher. Weiter geht's aber, ne. Äh. Kannst du mal rüber, ne. Ja, aber es ist... Hier geht's auch nie weiter. Doch. Das ist jetzt tatsächlich, glaube ich, hier für die Typen, die Achievements geiern. Ich kann hier noch eine Rakete hochschicken. Da ist doch irgendwas. Da ist irgendwas, ja die Frage ist... Wie kommt man da rüber? Ihr bist nicht so gekommen. Na, ich bin dort das Trampolin. Genau, und dann kannst du dort... Genau, auf dem Kissen und dann von da aus hoch. Genau. Hoch. Genau. Ja, wo weiterkomme ich halt leider tatsächlich noch? Ja, du musstest ein Kissen weiter unten nehmen. Was musste ich nehmen? Nicht das ganz oberste Kissen war es gewesen, sondern eins weiter unten. Das war weiter draußen. Oh, ich hab... Hier ist eine Satellitenschüssel mit einem Joystick. Ach, dann musst du die wahrscheinlich, ähm... Das ist doch irgendwo drauf ausrichten. Ach, hier. Was erzählt das? Ja, das wird der Moonbebumen. Alpha Delta Banane 777. Das kenne ich. Ja, die eine zu beschützen. Jetzt kannst du hier irgendwelche Leute abhören. Es gibt gar nicht mehr zum Abhören. Das ist immer nur der Moonbebum. Ach, nee, da. Oh, das... Das war... Das war Hakim. Du hörst den Hakim ab. Wenn der das mitkriegt. Collaboration. Und jetzt? Nö, und jetzt hast du gelacht. Das ist gut. Der Riesenstar. Der Riesenstar, der gibt es bestimmt... Nee. Wenn du mal im Schlafzimmer so gründlich gewesen wärst. Das ist wieder der Hakim. Komm, wir machen mal weiter jetzt. Das sind so Sprünge. Das wird mir vor dem Rechner schon schlecht. Das geht gar nicht. Das kann ich nicht machen. Das ist nicht gut. Oh je, oh je. Davon habe ich jetzt ein bisschen Angst hier. Ja, ich bin gleich am ersten gescheitert. Oh, fuck. Ich war fast drüben. Ändert aber nichts. Du musst ja nochmal von vorne anfangen. Collaboration. Hi, Schatz. Oh, okay. Hehehe, auch jetzt balancieren. Oh, shit. Verkehrer Knopf. Nee, du müsstest auf der anderen Seite runterhüpfen. Ja, spring mal. Pass mal auf, oder mal? Ja, jetzt kannst du mich zum Horizont schießen. Ach, ich bin so blöd. Oh Gott. Du hast mich wirklich ins Weltall geschossen. Krass. Ich bin irgendwo ganz anders. Du hast mich wirklich... Also, das ist nicht die Lösung. Alter. Du musst mal gucken, ob da oben noch was geht. Vielleicht kannst du... Ich kann hier weiterlaufen. Naja. Nee, kann ich nicht. Alter, ich bin so gut, Leute. Ich bin Käpt'n Fettsack. Ja, aber wie krieg ich dich jetzt hier hoch? Ja, gar nicht. Gar nicht, ist ja gut. Ich weiß schon, aber... Mir würde jetzt nichts einfallen, wenn man mich hier hochkriegt. Weil ich muss dich da schon hochschießen. Wobei es ja schon den Sinn hat, dass das Ding hier runterkommt. Wenn du da oben stehst, kommen die ja runtergefahren hier, die... Ja, ich komme hier auch nicht weiter. Hier brauche ich dich. Ja, dann komm doch mal her. Dann müssen wir doch mal gucken. Ah, jei, 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 scheiße. Aber es war auf jeden Fall schön, wie du mich zum Mund geschossen hast. Ach nee, du musst ja nur hoch. Geh mal... Stell dich mal drüben hin. Okay, aber nie als Zwerg, sondern als Normal-Groß. Na, hüpfen wir. Okay, jetzt bin ich drüben. Pass mal auf, Achtung! Ach so, ja. Jetzt mach dich mal weg. Achtung! Komm hoch! Ja, mach dich. Na, komm jetzt. Du noch mal nicht so. So, du musst auch mal runter. Ja, komm mit. Na, es ist schon nicht so einfach. Du musst jetzt da rüber. So, na dann. Ha, easy peasy. Lemon squeezy. Das war ja schon fast zu einfach. Sprach und starb. Ah, deswegen brauchst du mich. Was? Hehehe. Ach du Scheiße. Ich bin schon mal runtergefallen. Ach du kommst, kommst du mit? Ja. Ach so, na warte mal. Dann müssen wir, dann müssen wir, müssen wir zusammen machen. Weil deswegen war oben noch eine Öse dran. Achtung. Ja, wir schwingen gerade, glaube ich. Oh nein, du hast mich losgelassen. Ja, ich wollte nochmal testen. Aber ich komme hier nicht weg. Also, ich komme hier zum nächsten. Ah, ich muss zum nächsten. Aber ich schaufel gerade in die... Kann ich den hier nochmal... Stimmt, beim nächsten ist es ja oben. Deswegen. Du musst einmal mit links und rechts, da kannst du dich einjustieren. Ah, jetzt hab ich's okay. Stimmt, du bist der Nächste. Jetzt geht's. So, bin da. Denk dran, was Hakim gesagt hat, ja? Du bist dran. Collaboration, hat er gesagt. Ja? Ist dir klar, ne? Ja, ja. Ist mir schon heller. So, kannst. So. Du drehst du in die nächste Runde. So, mittlerweile. Ach, du Scheiße. Nein, hier ist so ein... Ach Gott, jetzt geht's weiter. Ich bin drüben. Ach, du Scheiße. Aber sieht gut aus. Wir machen uns. Wir machen uns, Genosse. Ich hau die Batterie rein. So, Batterie ist drin. Alter, sind wir stark. Ich bin schon... Ich bin schon von uns hier. Wobei, so langsam, finde ich, geht denn so ein bisschen die Kreativität ab hier. Die ganze Zeit hier irgendwelche komischen Rätze lösen. Finde ich gerade nicht so spannend. Da fand ich Fliegen gegen die Wespenkönigin. Oder der Kampfhübenwerkzeugkasten lustiger. Das stimmt. Aber na gut, was wirst du machen? Oh mein Gott. Now that was one hell of a ride. A hell of a ride. So. Oh, jetzt wird's lustig, Freund Blaser. Oh Scheiße. Oh nein. Oh nein. Du hast mich direkt weggesprengt. Du, du kackfratze. Deswegen hasse ich dich. Du musst zielen. Ja. Was ist da? Was steht da drauf? Danger, das ne bitte. Da dran vorbei. Ja, so ist schön. Probier mal das. Ach du Scheiße, ich muss steuern. Aber das geht. Das ist nur so schwer. Ha! Triff den Buzzer! Aber ich bin voll gut, bin ich. Schießt er dich jetzt zurück? Nee, keine Ahnung. Der hat mich direkt umgebracht. Bin da. Wisst ihr? Ich muss hier nur verrecken für dich. Die ganze Zeit. Bist du der Pinball-Wizard? Ja. Warte mal, Regenschirm? Was wollen die uns mit dem Schirm sagen? Du kannst bestimmt draufhüpfen, so Trampolin-mäßig. Hä? Ach so. Trampolin! So, ich hab, warte mal. Ich kann hier was ausrichten. So, wo willst du hin? Drüben ist noch ein Regenschirm. Nach rechts. Nein, dein rechts. Mehr rechts geht nicht. Ach so. Ich kann nur links und rechts und hoch und runter. So, das hier kann ich. Das ist unser Zielbereich. Guck mal da oben. Top. Abschalten, bitte. Soll ich dich hier wegschießen? Du kannst mich da loslassen. Dann falle ich mich noch drauf. Dein Tragen. Ach so, das war schon cool. Siehste? Kommt mir manchmal gar nicht raus, wie cool ich bin. Was ist das jetzt hier? Dann musst du hochlaufen, denke ich. Wenn die Pfeile nach oben zeigen. Wo soll ich denn hin? Ich kann hier leider nicht. Hier sind Knöpfe. Hier sind Buzzer. Da musst du drauf springen. Oder du fällst rüber und dann stirbst du. Das geht hoch. Pfeil, Schatz. Ich seh grad nix. Was? Da trinken diese Buzzer? Ne, guck mal, hier sind die Knöpfe. Guck mal, ich hab das ausgestellt. Ich hab auch was ausgestellt. Was macht das für einen Unterschied? Kannst du da was machen, wenn das ausgeht? Ich hab hier nur diese Knöpfe und wenn ich die langlufe, passiert gar nichts. Aber guck mal, wenn ich jetzt hier das... Ich kann aber draufhüpfen, dann... So, jetzt ist die Frage... Ne, im Prinzip hier kann ich... Oh, ich hab hier was zu bewegen. Ja, ne, das ist der Roboter. Da müssen wir wieder rein. Du weißt ja, ich muss mir die Batterie reinmachen. Aber das komm ich ja nicht hin. Ach doch, warte mal. Das Problem ist, dass ich das so quer gucke. Es hilft dir nichts, wenn ich das ausstelle, ne? Richtig? Doch, warte mal, jetzt bin ich da hoch. Doch, doch, das höre ich mir schon. So, jetzt bin ich nämlich oben. Alles klar, da unten die Knöpfe waren einfach schimpfrei. So, Achtung, ich kann da rein. Ich muss dann nur den Hebel umlegen kommen. Warte, ich bin da drin. Ja, ich sehe dich. So, hab schon. Kannst loslegen. Ui, das war aber jetzt... Ne kranke Veranstaltung. Und dann stellen wir... An die Stelle mache ich kurz einen kleinen Cut. Moment. Na, seht!